Die Effekte kann man so lassen, aber die Musik ist jetzt mal erträglicher, meine Stimme kommt ein bisschen mehr zur Geltung. Jetzt gehe ich nochmal zum Shooting-Laden. So, da klaue ich mir jetzt ein bisschen Kraft, was ich eigentlich nicht so mag, als Stahl ist. Ne, ich habe nicht genug Geld. Ist ja auch teuer wie sonst was hier. Ja, und jetzt kann ich mir schon mal nichts kaufen. Obwohl, das kostet ja noch 1.100. So. Jetzt probieren wir mal das Fieldgold. Fieldgold. Ist ja egal. Fieldgold. Földern sie den Damm so schnell wie möglich zwischen den Torstangen hindurch. Die Punkte werden aus der benötigten Zeit ermittelt. Der Beste von 3 Versionen zählt. Ich glaube, das kriegt man selbst raus. Und los geht's. Da muss man aufpassen, sie bewegen sich. Das ist echt, das ist echt, ähm, ja. Ja, geht jetzt um die Zeit. Oh. Ich glaube, ich muss früher wegschießen. Aber 20 Sekunden sind eigentlich... Okay. Boah, 14.5. Also, da muss ich noch ein bisschen dran feilen, dass das funktioniert. Aber okay. Den ersten Teil komme ich ja ganz gut durch. Also, wie lange? Wie lange? Nicht unbedingt die mitnehmen. Und... Ah, 14.8. Wenn ich da gucke, dass ich die eine Figur nicht mehr mitnehme oder einen anderen Weg habe, der leichter ist, dann könnte das funktionieren. Würde ich mal sagen. Aha. Aber die stehen eben immer noch am Raub. Fängt das eigentlich sofort an? Ja, das fängt sofort an. Dann fange ich hier lang, hier lang. Vielleicht sollte ich... Ja, ist gut. Ja, ich hab's geschafft. Oder auch nicht. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ist gut. Dann nehme ich erstmal den zweiten Platz. Da gibt's nämlich ein bisschen Geld für. 3000 sogar. Und dann probiere ich es einfach nochmal. Vielleicht nehme ich mal den hier. Heißt schon Rocket. Vielleicht ist er ja auch schnell. Ja, Tutorial brauche ich nicht mehr. So. Hoffentlich hält Rocket, was er verspricht. Und fährt schnell. Nein! Jetzt war das gerade so schön. Und dann der eine blöde Schleudertreffer, wie auch immer. Alles klar, dann kann ich's noch schaffen. Rocket hält anscheinend sein Versprechen. Und was ich gut finde. Ja, aber ich müsste besser fahren. Ja, gut. Das funktioniert so nicht. Na, hübsch. Ein Kleinbäcker, würde ich mal sagen, oder? Durchfahren bringt nicht so viel. Dann müssen wir vorher irgendwo raus. Okay, Konzentration. Und das ist... Ah. Verdammt, ich hätte auch nicht meine Zeit geschafft. Keine Zeit geschafft. Also das ist wirklich ein bisschen erbärmlich. Ja, mal sehen, ob ich das jetzt mal kriege. Ah. Na, eine gute Zeit wird's wenn nicht mehr. Aber würde ich den einen nicht erwischen, wäre das eine ganz gute Flugbahn. Hätte ich den einen da nicht erwischt. Na, der ist viel zu hoch. Ansonsten hätte ich das bestimmt mal gut geschafft. Also das ist ja jetzt mal... ...schon ein bisschen enttäuschend. So, Rocket. Gib ein bisschen Gas. Das können wir jetzt gebrauchen. Knapp zielen. Nein! Verdammt. Und der Winkel ist schon zu hoch. So. Dann... ...geht's mal los. Mal sehen, wenn ich mich mal hier einen anderen Weg suche. Ja, ich hab's viel zu lange gehalten. Hm. Nee, an sich aber mir ist schlecht. Für Hochsprung wäre das bestimmt gut gewesen. Aber die Idee da rechts lang zu fahren... ...ääh... ...ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weil da auch nicht so viel an... ...ääh... ...Kurren steht. ...Headshot. Aber das bringt mir nicht viel. So. Ich muss gucken, dass ich da durchkomme. Ähm... ...ah. Stopp. Da stimmt was nicht. Neustart. So. Mal sehen, ob das funktioniert. Mal sehen, ob das funktioniert. So. Mal sehen, ob das funktioniert. ...ääh... ...ääh... ...15... ...äh... ...8. 0. Ich glaub, ich fahr... ...links lang. Da kommt man schneller... ...äh... ...kommt man weiter. ...wau... ...ja... 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 ...na... ...verdammt. Der Wagen ist dafür zu blöd. Das heißt, ich muss es einmal beenden. So, auf geht's. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Gas geben, Gas geben. Wow. Wenn ich das mit einem... ...mit einem stabileren Wagen schaffe... ...wird das echt klasse. Sogar Zweiter. Wow. Okay. ...ääh... 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 ...american Muscle Car... ...Star... ...Flight... ...Trail... ...blai... ...Trail... ...Blazer... ...ist mir ja egal... ...ääh... 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 ...ja, stimmt... ...ich mach hier nach mal ein Rennen... ...ääh... 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 ...und... ...los geht's... ...so... ...auf... 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 ...so... ...ein Wiesenstein gefahren... ...der stehen durch... ...der stehen durch... ...und dann... ...hier irgendwo lang... ...mh... 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 ...na... ...der... ...die... ...da fahren sollen... ...so viel ist das jetzt nicht mehr... ...was da... ...was da...